So ihr Lieben, viele fragen uns, warum gibt es den Kuhchefs nicht Lose? Und das hat nämlich einen guten Grund, denn ihr habt doch eine Fellnase und ihr möchtet doch, dass diese ein gutes Produkt bekommt. Und deswegen unterliegen wir den Lebensmittelkriterien. Das heißt also, wir werden behördlich und überwacht und wir müssen immer sicherstellen, dass auch eine Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Und auch eine Produktsicherheit, damit halt nicht in das Produkt irgendwas reingemischt werden kann und so. Und das machen wir mit unserer Verpackung. Das heißt also, wir haben hier unten auch ein MHD und eine Chargennummer, dass wir immer ganz genau überprüfen können, was mit dem Produkt passiert, wie ist es produziert worden. Und wir machen das auch 100% bei uns in-house. Das heißt also, wir outsourcen nichts und das ist was ganz Besonderes. Das heißt also, wir können auch sicherstellen, dass keine Kontaminationen oder ähnlichem mit anderen Produkten letzten Endes erfolgen können. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir etwas Gutes für eure Fellnase tun wollen und wir können es gar nicht lose verkaufen. Damit wir euch eine Produktsicherheit bieten können. Vielen Dank.